Osmanisches Reich ist die Bezeichnung für das Reich der Dynastie der Osmanen von ca. 1299 bis 1922. In Westeuropa wurde das Land als Türkei oder Türkisches Reich bezeichnet. Anatolien wurde in lateinischen Werken nach der Landnahme der türkischen Seltschuken bereits seit dem 12. Jahrhundert als Turchia bezeichnet. Das Osmanische Reich ging aus den Resten des Sultanats der Rumseltschuken hervor und war mehrere Jahrhunderte lang die entscheidende Macht in Kleinasien, im Nahen Osten, auf dem Balkan, in Nordafrika und auf der Krim. Hauptstadt war seit 1453 Konstantinopel. Im Laufe des 18. und vor allem im 19. Jahrhundert wurden die Osmanen in Auseinandersetzungen mit den europäischen Mächten sowie durch diverse Aufstände anderer Nationen, welche unter osmanischer Herrschaft lebten, nach Kleinasien und in den Nahen Osten zurückgedrängt. Nachdem der osmanische Sultan durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg seine Autorität verloren hatte und in den folgenden Wirren sich eine konkurrierende Nationalregierung unter Mustafa Kemal Pasha hatte durchsetzen können, wurde 1923 als Nachfolgestaat die Republik Türkei gegründet.